Das Gummi-Desaster oder mehr vom Reifenhändler. Das ist jetzt nur einfach so eine kleine Real-Life-Story. Da werdet ihr jetzt nicht viel moralisch Interessantes für euch herausnehmen können, auch nicht so arg viel davon lernen. Aber das ist mir jetzt gerade passiert und ich finde das jetzt lustig, wenn man jetzt hier so die ganzen Sachen zusammenrechnet, was da so alles schon passiert ist mit diesen Sätzen Reifen. Also, worum geht es jetzt eigentlich? Vielleicht könnt ihr euch an das Video erinnern, das habe ich vor, ich glaube, so einem Jahr oder so gepostet und das hieß Reifenhändler-Mathematik. Da ging es jetzt darum, dass mein Reifenhändler, ich hatte die ja von meinem Vertragshändler des Herstellers zum Reifenhändler gewechselt, also transferiert, weil ich einfach zu faul bin und ich stehe dazu, mir die Reifen selber drauf zu ziehen. Ich weiß, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr richtig viel Bock habt, eure Reifen selber zu wechseln. Macht aber im gewissen Durchmesser relativ wenig Spaß. Hängt auch immer von den Lokalitäten ab, wie viel Platz ihr habt. Ich habe keinen Bock dazu. Also, und der wollte mir irgend so ein Komplettpaket verkaufen und hat sich aber verrechnet, weil er das Ein- und Auslagern und so weiter nicht ganz meinen Realitäten angepasst hat, denn die Reifen mussten beim ersten Mal nur eingelagert werden und nicht draufgeschraubt. Ist egal, schaut euch das Video an, darum geht es jetzt auch gar nicht. Also jedenfalls, wenn ihr mein letztes Video angeguckt habt über das kleine hässliche grüne Männchen, dann wisst ihr ja, dass mir neulich jemand ans Auto gefahren ist. Also bevor jemand jetzt auch darüber zu diskutieren anfängt, meines war vorschriftsmäßig geparkt, nicht auf einem Kirchenparkplatz. Man lernt ja dazu, hat aber nichts gebracht. Ich kürze mal den Teil der Geschichte ab. Nein, ich erzähle den mal anders. Machen wir es mal so. Also, was geschah? Ich habe vor einiger Zeit, also genauer gesagt, als ich die Sommerreifen draufziehen lassen, man gefragt, ob bei den Winterreifern, da waren so zwei, drei Sachen. Ich dachte, es wären Macken vom Parkhaus, aber da hat man gesagt, ha ne, ne, das sieht anders aus. Was sie da haben, ist Oxidation. Dann habe ich mich auch belehren lassen müssen, weil manchmal ist mehr Blade, dass das Alu, ja, Alufelge, dass das auch da so komische Effekte hat. Und dann habe ich mich gefragt, ja, Blade, was machen wir da? Ja, können wir richten, also so, nicht ganz bloß oberflächlich, aber wir können nicht alles machen, weil das wird wahrscheinlich wieder rauskommen, irgendwann in ein paar Jahren. Na gut, in ein paar Jahren, was kostet es denn? Ja, hat er seinen Kollegen gefragt und hat mir da so auf seinem Zetterli draufgeschrieben, ja, so 150 Euro, also dreimal 50 Euro für die drei Felgen, da ist nicht so arg schlimm, sieht dann auch gleich viel besser aus. Und ja, dann habe ich gesagt, macht es das. Keine Frage, gell? Macht es das, wann er wollte, ist scheißegal. Ich habe dann ewig lang nichts mehr davon gehört, also Wochen, Monate, und habe dann irgendwann mal angerufen und die, ja, das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe es dann irgendwann gekraft. Die haben sich Zeit gelassen und das gar nicht erst eingelagert, also das Geld haben sie sich gespart und das irgendwo in der Werkstatt rumliegen lassen. Das ist meine Vermutung, gell? Ja, jedenfalls, irgendwann kam eine Rechnung. Das passiert. Und da stand dann drauf, danke, zahlen Sie uns 450 Euro jetzt. Und ich so, ähm, 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 sorry. Das war anders ausgemacht, ruft er an. Wahrscheinlich bin ich bei der Buchhaltung rausgekommen. Und ich weiß noch die Formulierung, wie der nette Mensch zu mir sagte, oder mich fragte, wieso kommen Sie auf die Idee, dass Sie nur 150 Euro bezahlen müssen? Manchmal bin ich ja auch mal blöde Bemerkungen nicht verlegen. Ich habe sehr nett gesagt, weil Ihr Kollege auf den Zettel mir geschrieben hat, 50, 50, 50 Euro, Summe darunter 150 Euro. Und dann irgendwie noch nachgefragt bei hier der Name des anderen Kollegen. Und der dann, äh, mit wem haben Sie geredet? Ich versuche, das Gekraxel vorzulesen. Er, aha, ich rufe Sie zurück. Dieser Moment, dieses, ich rufe Sie zurück, da weiß man immer, man ist im Support eine Stufe angestiegen. Das hatte ich mal bei einer anderen Geschichte. Das erzähle ich euch vielleicht ein, in einem anderen Video, denke ich mal. Also jedenfalls hat er dann, ich glaube, nach zwei, drei Stunden zurückgerufen und Ihr merkt schon im Tonfall, Ups, wir haben Scheiße gebaut. Das war so, oh, ja, drei Räder, dreimal 150, ihr kommt drauf. Das war ein Fehler, bla, 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 und so weiter. Sie kriegen eine neue Rechnung, bla, 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 alles gut. Könnte man denken. Ja, ist nicht weiter schlimm. Fehler machen wir alle. Glücklich, wer noch dieses Papierle hat, weil ich war mir in dem Moment auch wirklich nicht mehr so ganz sicher. Das ist lang her. Hat der, habe ich den vielleicht falsch verstanden? Das passiert im Leben. Ja, könnte man tatsächlich eine Moral draus ziehen. Notiert es euch, wenn sowas ist, wenigstens für euch selber. Hilft tatsächlich. Dieses Standing, euer Standing ist ganz anders nachher. Jedenfalls, habe ich dann eigentlich einen Termin gemacht. Ja, ich bin ein bisschen früh dran dieses Jahr. und dann passierte ja das, dass mir eben die Lady in mein Auto fährt. Jetzt ist es so, die Versicherung wird die Felge reparieren, das ist nicht arg groß, aber sie will sie natürlich sehen. Und jetzt ist der Termin, wo der ganze Spaß repariert wird, in der Zukunft. Ist aber kein Problem, haben die gesagt. Schmeißen Sie uns den Kofferraum, wenn Sie das Auto hinstellen, dann machen wir das. Sage ich also zu dem netten Kerl hinter der Trese, hinter den Tresern heißt es. Alles gut, links vorn, da ist eine Delle, den, das Rad, bitte in Kofferraum reden. Oh, gar kein Problem. Ja, ich habe eine Dreiviertelstunde gewartet, weil ich war auch zu früh dran, ist in Ordnung, ist völlig okay. Dann hat mich der andere schon gerufen, also nicht der, mit dem ich gerade geredet hatte, und das war der, mit dem ich diese Felgengeschichte vor einiger Zeit hatte. Und der hat sich noch mal tausendmal entschuldigt und erklärt und bla, und für mich war die Sache ja eigentlich schon gegessen. Aber ist okay, er wusste es noch, er wusste, dass ich der bin, der da beinahe geschädigt worden wäre. Und dann sind wir so beim Bezahlen. Ich frage ihn noch, hat jetzt mit der Story nichts zu tun, finde ich, war lustig, habt ihr eigentlich euer EC-Terminal schon upgedatet? Ja, was? Da kommen da und Updates. Ja, weil ich habe so eine neue, moderne Kreditkarte, wo man EC-Karte und Kreditkarte in einem hat und da kriegt man dann so ein Menü und wählt das aus. Das Blöde ist bloß, wenn ihr eine Rechnung bezahlen wollt und nur die Karte dabei habt und nicht genug Bargeld. Das blöde Terminal kann das nicht. Das war schon mal relativ unangenehm. Nee, kann es immer noch nicht, aber gut, ich war darauf eingestellt. Dann frage ich noch so beim Bezahlen, der Reifen liegt im Kofferraum. Und der so, äh, welcher Reifen? Ich habe es noch dem Kollegen erklärt, der Reifen vorne, der da, brauche ich, Versicherung, blablabla. Der ruft seinen Kollegen und der so, oh, dieses Ups, wie ein Independence Day, Ups. Ja, ich denke, ihr kennt die Stelle, oder? Wer sie nicht kennt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und dann sagt er noch zu dem, doch, jetzt hast du aber Glück, ob das nicht in deiner Freizeit ist aus dem, ich denke mal, ich ergänze hier Anmerkungen das Verfasser aus dem Reifenhotel holst, weil die lagern es ja irgendwo ein. Also jedenfalls, dann gar kein Problem. Er sagt zu mir, äh, kein Problem, ich hole Ihnen den. Ich gehe so zu meinem Auto, schon schlapp, schlapp. Ach so, ähm, die mussten natürlich jetzt die Quittung anders ausdrucken, weil es wurden nur drei eingelagert und den anderen, den habe ich eingepackt. Schlapp, schlapp, stehen mit dem Auto, langweil mich, langweil mich, schauen wir die Felgen an, oh, schön gemacht, langweil mich, langweil mich mehr, dann sehe ich ihn zurückkommen und dann sagt er nur, sind Sie sicher, dass das die Felge vorne links ist? Ich deute so leger auf mein Auto, wo man den angefahrenen Kotflügel vorne links sieht. Äh, nichts zu erkennen. Jetzt habe ich schon einmal ein bisschen Verstand gezweifelt. Kann ich irgendwie einen Dreckfahrer nicht mehr von einem Kratzer unterscheiden? Ich hatte doch geguckt. Nee, kann nicht sein. Kann echt nicht sein. Dann machen wir das, was das einzig logische ist. Wir schauen alle an. Und was kam raus? Es waren zwei Reifen mit vorne links beschriftet. Ja, ist jetzt kein Weltuntergang. Aber irgendwie fand ich es nachher wieder unterhaltsam, wie viel schief gehen kann beim Reifen, äh, Räder wechseln. Mich hat schon mal einer korrigiert, dass ich nicht zum Reifen, sondern zum Räder wechseln komme. Klugscheiße. Was und was passiert sonst noch alles, wo ich es nicht merke? Ich möchte gar nicht wissen, was in Autowerkstätten alles passiert. Ich habe auch noch nie nachgeguckt. Das werde ich jetzt wohl anfangen, ob die Laufrichtung stimmt, ob bei neu aufgezogenen Reifen. Es gibt ja Reifen, die müssen innen und außen richtig rum sein. Dann können wir auch mal irgendwas drüber machen. Habe ich noch nie nachgeguckt. Ach, einmal mit Profis arbeiten. Ich kann euch noch diesen Ups-Moment. Der interessiert euch jetzt nicht mehr. Der gehört eigentlich jetzt nicht mehr zu der Story. Aber ich hatte schon mal so einen Moment. Und da war ich auch wirklich, ich verstehe es auch bis heute nicht, wie das passieren konnte. Jedenfalls war das, das war noch zu der Zeit, als ich jung und dumm war und mir die Räder in der Vertragswerkstatt drauf machen, ablassen. Also man kümmert sich um nichts. Man ist doof und wenn man sich um nichts kümmert, zahlt man immer drauf. Und die haben gesagt, oh, ein bisschen wenig Profil und ich, hoho, dann macht mir neue Reifen drauf. Haben sie auch gemacht. Dann war auch noch Kundendienst und da war noch auch irgendwas zu machen. Das weiß ich noch. Und es war eine horrende Rechnung. Horrend. Und irgendwie war, sie haben es mir nicht erklärt, was sie sonst immer machen. Also irgendwie habe ich sie da noch nicht angeguckt und gucke mir das daheim so an, um das mal so wieder so rückwärts zu tracen. und da standen dann, wie war jetzt das? Ich möchte jetzt nicht lügen, aber da standen Gewichte für, ich glaube, 70 Euro pro Stück drauf beim Auswuchten der Reifen. Ich glaube, es waren die 70 Euro. Und ich so, was? Gucke auf meine alten Rechnungen und da waren es, ich glaube, sieben Euro. In der Größenordnung war es. Und ich gucke noch mal. Google halt mal so, vielleicht haben die was geändert. Gibt es da spezielle, super, mega Gewichte. Also mal vier natürlich, dann ist ja logisch, gell? Und dann irgendwann rufe ich an und Leute, kann es sein, dass ihr mir gerade für die Gewichte das Zehnfache des normalen Preises berechnet habt? Dann kommt wieder dieser Moment, erst mal dieses Ungläubige und dann dieses, wir rufen sie zurück. Und eben dann diese 10.000 Entschuldigungen, sie kriegen ihr Geld, wir erstatten sie ihn, bla 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 bla. Und ich frage nur noch so leicht zu versandt, wie viel Reifen habt ihr denn heute schon gewechselt? Nein, nein, das ist nur bei Ihnen passiert. Ist klar, dass ich behaupte oder ich bin der Meinung, da hatte irgendjemand diese Drecksauswuchtgewichte halt falsch in der Buchhaltung. Alle Gewichte, die an diesem Tag verbaut wurden, könnten durchaus auch mit dem 10-fachen Betrag verbucht worden sein. Ich hasse es, wenn man das tun muss, aber man muss echt jede Scheiße nachrechnen. Zumindest mal sollte man sich angewöhnen, alles, was einem vom Betrag her unplausibel erscheint, nochmal nachzugucken. Es ist sowieso eine Empfehlung, das hatte ich ja schon in meiner Folge Reifenhändler Mathematik. Habt ungefähr eine Vorstellung, was die Scheiße kostet, die ihr da irgendwie antriggert. Bevor ihr dann mal schreit, bleibt freundlich, rechnet es mal nach, denkt darüber nach, geht nicht gleich in die Luft, weil es bringt nichts und Fehler machen wir alle. Es ist aber manchmal witzig, wie diese Verkettung von Katastrophen nachher sich abspielt. Und jetzt versteht man vielleicht auch wieder, wenn man richtig große Desasters anschaut, Desasters, also Berichte über große Desaster, wie das sein kann, wie viel so viel Scheiße hintereinander passieren kann und muss, bis mal was richtig schief geht. Und genau das passiert im Alltag auch, mehr kriegen es nur meistens nicht mit. Ja, das war jetzt so eine kleine Storytime zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Soll ich noch einen Werbeblock anfügen? Ich denke, ihr könnt auch fast nicht mehr ohne auskommen. Ihr wisst, unten in der Videobeschreibung gibt es meine Amazon Affiliate Links. Da könnt ihr dann draufklicken. Das ist jetzt meistens ein generischer Link, der zeigt halt irgendwie auch so eine Angebotsseite. Ihr könnt dann danach was, irgendwas anderes shoppen. Bis zu dem Ende von diesem Vorgang wird es dann verbucht und ich kriege ein paar Prozent von eurem Umsatz. Es wird für euch dann nicht teurer, aber ihr könnt den Kanal ein bisschen fördern. Wenn ihr das nicht wollt, gibt es noch Patreon. Das ist also quasi so eine Art Spendendienst, sag ich mal. Findet ihr, wenn ihr in der Kanal-Info oben rechts, diese ganzen Icons ausprobiert. Findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung als Links. Ich denke, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Das reicht für heute. Servus.